immer dann wenn ich ein seminar habe oder bei einem offline oder online erstberatungsgespräch stelle ich nach einer gewissen zeit eine frage und zwar die frage was sagst du dazu zum thema artgerechtes erhalten artgerechte haltung von tieren was sagst du dazu bist du dafür ist dir ist egal oder wie stehst du dazu und dann kommt grundsätzlich innerhalb von ganz kurzer zeit von allem tiere sollten artgerecht gehalten werden ganz klar ohne wenn und ohne aber dann lasse ich das kurz sacken und frage dann wie sieht es aus mit uns menschen erhalten wir menschen uns artgerecht ernähren wir uns artgerecht bewegen wir uns artgerecht dann ist erstmal in der regel betroffenes schweigen da kommt nicht sekundenlang dann frage ich immer warum verlangen wir dass unsere tiere artgerecht gehalten werden wir selbst aber schaffen es nicht uns artgerecht zu verhalten weder in der bewegung noch in der ernährung natürlich gibt es zig verschiedene gründe warum das so ist nur leider ist ein nicht artgerechtes verhalten immer in verbindung mit krankheitsbildern die entstehen können also haben wir nichts anderes wie eine verpflichtung uns dieses thema mal vorzuknöpfen genau das ist das was ich immer wieder auch bei meinen seminaren zumindest mal eine halbe stunde veranschlage und mit diesen menschen dann dialog eingehen und sagen was hindert uns daran was hindert uns daran uns artgerecht zu verhalten uns artgerecht zu ernähren artgerecht zu bewegen was ist tatsächlich der faktor der immer dazu beiträgt dass das nicht passiert jetzt frage ich dich schaust du gerade zu du hörst gerade im podcast an warum ist das so an was liegt das warum tun wir uns so schwer dass wir uns artgerecht verhalten und artgerecht ernähren artgerecht bewegen ich muss so viel arbeiten ist dann einmal eine aussage und dann muss ich halt so viel sitzen ich muss natürlich vom auto von a nach b fahren deswegen habe ich keine zeit ich muss sonst viele dinge machen deswegen finde ich keine zeit also ist der zeitfaktor der zeitfaktor ist es wirklich zeitfaktor wenn wir jetzt tatsächlich mal uns die warum lupe rausnehmen und überlegen stimmt das tatsächlich dann schauen wir mal rein in die sogenannte handy zeit der menschen stellen wir fest dass viele menschen unabhängig von der arbeit nach der arbeit trotzdem noch fast zwei stunden handy zeit haben und die meisten menschen auch noch 1,5 bis 2 stunden fernseherzeit so jetzt ist die frage wenn man das eingrenzen würde also handy zeit und fernseherzeit hätte man dann tatsächlich zeit zur verfügung sich um eine gesunde ernährung und um ein gesundes verhalten zu kümmern ja das hätten wir jetzt ist aber noch mal die frage das kann man jemandem erklären und rational verstehen wir das ja natürlich logisch klar hier habe ich zeit also lass uns da mal was abzwacken nichtsdestotrotz findet es wieder nicht statt so wird es wieder die frage an was liegt das tatsächlich menschen die keine pädagogische ausbildung haben die sagen jetzt weil wir faul sind weil wir stinke faul sind kann man sagen kann man so sagen ich habe da war noch viel bessere ideen in der regel ist es so dass der mensch in der lage ist sich ständig mental zu erschöpfen wir haben zwei denksysteme wir haben denksystem 1 ist unser intuitives unser instinktives denken kostet uns überhaupt keine energie da müssen wir nichts hinterfragen macht zack und haben die idee und wird gemacht dann gibt es das system 2 das unser logisches rationales energetisch aufwendiges denken und das ist ganz oft erschöpft und wenn dieses mit dieser anteil erschöpft ist dann haben wir eine herausforderung denn in dem moment wo dieses system erschöpft ist sind wir nicht in der lage rational zu denken logisch zu denken und eine kluge entscheidung zu treffen jetzt ist die frage wie gehen wir hier am besten vor das ist das was auch immer wieder in meinen coachings vorkommt das sind lösungen die werden gesucht und gefunden wir gehen am besten vor erst mal natürlich die frage ist wie führt es eigentlich dazu oder wie kommt es zu einer mentalen erschöpfung wie kommt es dazu dass der hippocampus das da wo unser speicher ist wo die denken die gedanken verarbeitet werden dann in langzeitgedächtnis kurzzeitgedächtnis ausgetauscht werden wie kommt es dazu dass dieses system erschöpft denn dieses system wenn dieses system erschöpft ist dann können wir so klug sein wie wir wollen wir können so intelligent sein wie wir wollen wir werden nicht die richtige entscheidung treffen weil wir dann in welches system gehen wenn system 2 erschöpft ist gehen wir in system 1 dann müssen wir nicht überlegen schokolade rein mit a burger rein mit a bier rein mit a wein rein mit nicht mehr darüber nachgedacht über die konsequenzen jetzt ist die frage was führt zu einer erschöpfung von mental vom mentalen system 2 gedanken jetzt ist die frage wer füttert dieses systeme gedanken das sind wir selbst jetzt ist die frage finden wir es zu viel risiko besteht zusätzlich was braucht dieses system 2 ist so logisch wir haben wir reden ja von einer erschöpfung ok es braucht gesunde nährstoffe ok es braucht ausreichend mikronährstoffe aha es braucht fettsäuren ja stimmt über campus der besteht ja hauptsächlich aus fett und zwar aus omega 3 dann haben wir schon mal gehört blutzuckerspiegel brauchen wir einen stabilen blutzuckerspiegel niedriger blutzuckerspiegel im gehirn führt zu ok physiologischer einmal auf physiologische eben es heißt was für hierzu welche art von lebensmittel für euch zu sind die artgerecht somit natürlich auch entsprechend gesund sorgen wir dafür dass unser gehirn die nötigen power bekommt was es tatsächlich braucht ok alles klar dann ist noch die frage was passiert noch ok wenn wir viel denken entsteht so genannte abfallprodukte im gehirn dass jeder gedanke produziert ein abfallprodukt wow ok ja wo geht er hin ach so ok der lagert sich ein deswegen haben wir ein glykopatisches system gehirn was dafür sorgt dass es ergiftet ok was muss ich dafür tun dass dieser müll abtransportiert wird ok ich muss schlafen ach so ausreichend schlaf auch noch jetzt wird spannend jetzt wird super spannend ernährung muss passen mikronährstoff anteile müssen passen schlaf muss passen und noch was das sorgt noch für vieles denken oh ok stress negativer stress ständiger stress chronischer stress woher kommt der ist er einfach da oder sind wir zum teil sogar selbst verantwortlich dafür stelle wieder fest ja sag mal ist ja tatsächlich so dass natürlich gewisse stress faktoren von außen da sind die können wir nicht wegdiskutieren brauchen wir eine hohe stress residenz wir haben aber auch ganz viel stress gedanken stress ist ja nichts anderes wie gedanken die wir haben die uns beschäftigen finden wir selbst verantwortlich dafür über das was wir konsumieren in form von bild ton und kommunikation allgemein okay digitale überladung spiele mit rein könnte auch sein wenn die informationen social media sie auch gerade macht kann man dagegen vorgehen gibt es doch den spruch dosierung macht das gift okay die goldene mitte okay ihr seht das ist ein fass was man hier aufmacht das ist fantastisch dieses fass und jetzt denken wir darüber nach artgerechtes verhalten als in der bewegung wir bewegen uns nicht artgerecht wir ernähren uns nicht artgerecht unsere denkstrukturen sind nicht artgerecht wo fangen wir denn tatsächlich an man das ist ja echt ein riesen spektrum okay gesunde ernährung wäre eine möglichkeit da mal anzupacken bewegungsmanagement garantiert regelmäßig bewegung sorgt für gesundheit gesunde ernährung sorgt für gesundheit gesunder schlaf außerdem schlaf sorgt für gesundheit ein denkmanagement mit was ich mein system zweifüttere bin ich verantwortlich kann ich ändern wow ihr seht das ist so ein dermaßen spannendes thema und was ich euch damit sagen möchte ist wir haben wenn wir wenn wir auf die erde kommen haben eine aufgabe uns gedanken darüber zu machen wie wir gesund alt werden und was wir dafür tun sollten genau das ist das was man im coaching dran kommt in meinem coaching geht es darum dass ich meine coaches immer wieder daran erinnere dass wir eine aufgabe haben und das ist uns so weit wie möglich artgerecht zu verhalten im ernährungsbereich im bewegungsbereich im verhaltensbereich im schlafen und auch was das denken anbetrifft und ihr seht das gesamte system ist miteinander verknüpft ich frage es immer wo fangen wir an das ist die spannende frage wo ist der pain point nummer eins was ist der auslöser was alles andere auch belastet und da werdet ihr wenn ihr unternehmer seid führungskräfte selbstständige seite mit einem hohen anspruch werdet ihr feststellen ich denke relativ viel bin mental ganz oft richtig ausgelaugt ernährung naja also symptombehandlung wäre schon mal die ernährung optimieren das wäre schon mal ganz gut denn ja unser mentales system lebt in einer gesunden ernährung du bist führungskraft unternehmer selbstständig möchtest erfolg haben macht es sinn dass unsere zentrale die für die entscheidungen zuständig ist die für den erfolg zuständig ist macht es das sinn das ding gut zu versorgen 100% macht das sinn das nächste wäre unsere denkstrukturen viele gedanken zwischen 30 und 70.000 gedanken am tag haben wir jetzt ist die frage über gedanken davon sind berechtigt stellen wir fest das ist nur ein kleiner prozentualer anteil natürlich der wo 70.000 gedanken hat hat natürlich viele berechtigte gedanken im verhältnis zu dem in der 30.000 hat aber im grunde genommen sind es immer noch viel zu viele gedanken die nicht da sein müssten wie gehen wir da am besten vor wie schaffen wir es dass wir unser system 2 nicht überfordern denn das system 2 wenn es überfordert ist dann gehen wir in system 1 und system 1 denkt nicht logisch system 1 denkt nur intuitiv instinktiv dann treffen wir die falschen entscheidungen schlafen schlafen optimieren stimmt ich schlafe ja auch nicht so gut warum schlafe ich nicht so gut liegt es an der denkstruktur ja verdacht ist nah liegt es am essverhalten ja zu spät gegessen stört den schlaf alkohol getrunken abends weil wir den stress nicht verarbeiten schlaf auch nicht gut was mache ich gerade ich erkläre ich gerade warum viele dinge nicht funktionieren und warum auch viele berater die jetzt draußen berater sind und sagt pass auf ich mache aus dir denn business die business rakete schlechthin ich mache aus dir den besten unternehmer auf diese erde weil du bekommst unternehmer skills von mir wie du was verkaufen musst und so weiter und so fort dann stellst du jetzt gerade fest shit das kann ja sogar nicht funktionieren wenn ich mich nicht artgerecht so weit mögliche verhalte habe ich eine herausforderung dass mein system 2 überfordert ist dass ich nicht gut schlafe mit ein geschlossener kreislauf wo fange ich an was ich hier mache ist nichts anders wie euch sensibilisieren wie meine kunden auch zu sagen pass auf pass auf wir haben eine große herausforderung und das ist ein artgerechtes leben zu gestalten so weit wie möglich so weit wie möglich freunde nicht falsch verstehen ich auch ich kann nicht meine eigenen hühner züchten ich auch ich kann nicht meinen eigenen garten alles da anpflanzen auch ich habe nicht zeit für morgens yoga zu machen danach noch stretching danach nur kraftdreffenseinheit danach noch eine tiefenmassage danach nur aromamassage öle natürlich nicht so weit wie möglich heißt zu gucken dass wir das einigermaßen in balance bekommen gerade als unternehmer gerade als führungskraft brauchen wir die balance ansonsten führt eben genau in die richtung was nicht führen soll was man im moment sieht erfolgreich ohne ende auf dem konto alles wunderbar die firma läuft genial aber der gute mann ist am boden zerstört 20 25 übergewicht schlafprobleme durchschlaf einschlafprobleme familiäre probleme die frau mag nicht mehr die kinder kennen einen nicht mehr und so weiter und so fort dieses gleichgewicht hinzubekommen können wir direkt verknüpfen mit einem so weit wie möglich artgerechten verhalten und dazu gehört artgerechte bewegung artgerechte ernährung artgerechter schlaf artgerechtes stressmanagement und artgerechtes denken wo was ein satz so jetzt habe ich euch mit genügend information gefüttert jetzt sitzt du gerade muss immer mal gucken wie viel zeit wir haben weil ich möchte euch nicht zu viel zeit klauen und euch einfach komprimiert das ganze thema nahe bringen und jetzt sagst du andreas du hast mich jetzt gerade so grandios ertappt für dinge die ich tun sollte und ich will mich damit nicht beschäftigen weil ich weiß es ist ein fass ohne boden wenn ich jetzt wieder anfangen zu googeln oder wenn ich mir jetzt irgendwelche videos rein ziehe komme ich wieder auf den punkt ich brauche hier eine klare handlungsanweisung ich brauche jemanden der mich an die hand nimmt der für mich speziell für mich für meine anforderungen mir meine rezepte gibt dann ist es jetzt relativ einfach du gehst unten rein da findest du andreas-trienbacher.com und da kannst du deinen ersten unverbindlichen beratungstermin eingeben dann höre ich mir an was du zu sagen hast dann höre ich mir speziell deine geschichte an und dann finden wir gemeinsam deine auslöser erkennen benennen auflösen deine auslöser warum es bis dato in manchen bereichen noch nicht geklappt hat und dann bekommst du im eins zu eins hier auge zu auge im vier augen gespräch in der online oder offline ich mache beides wir haben hybrid das heißt wir können beides machen die meisten kunden kommen natürlich immer erst erstmal hierher kommen aus flensburg aus hamburg aus stuttgart aus münchen aus köln aus düsseldorf aus der schweiz aus österreich überall erstmal hier aufschlagen dann wird das system aufgebaut dann haben wir systempflege hybrid das heißt online ständige verbindung hast du ganz klar deine strategie was du in zukunft machen sollst um für dieses wertvolle system eine lösung zu haben um letztendlich eben ganzheitlich erfolg zu haben darum geht es ja also noch mal andreas-trienbacher.com dein termin unser gespräch bis dahin alles gute ganz viel spaß bei allem was du tust und vor allem viel gesundheit auf körperlicher und augmentaler ebene